Ja, hallo Leute, wir sind hier bei der XXL Freestyle Trophy in der Wiener Stadthalle, das Motocross-Spring-Event schlechthin in Österreich. Ein wahnsinniges Fest und jetzt geht's gleich los und wir schauen mal, was hier los ist. Kommt mit! Hey Leute, es ist jetzt mitten im Finale, das Finale ist am Laufen und es ist unglaublich gute Stimmung und die Arena ist am Beben. Also schaut euch an. So geil, he? Jetzt der Gegner, der gute Mann ist Jerry. Schauen wir mal, was er hinkriegt. Nicht schlecht, da geht's ab, aaaaaaah! Ja, hallo Leute, es war saugeil, jetzt ist Pause und jetzt schauen wir mal, wie es den anderen Leuten gefallen hat, ok? Ganz kurze Frage, wie hat es denn euch gefallen? Ja, bisher super Stimmung, tolle Atmosphäre, eigentlich toll. Fahrt ihr selber Motocross? Ja, ich hab zwar Motorrad, aber ich komm nicht dazu. Ich fahr nicht nur. Das ist super. Scheiß man sich an, wie du spürst. Das ist ja wirklich der Junge überhaupt, das ist einzigartig, also wirklich empfehlenswert. Und fahrst du selber Motocross? Ja, also hobbymäßig, aber vorbildlich. Nein, leider nicht, aber ich würd gern so der Schlechteste fahren können. Wie heißt du mit wann? Bernhard Schabel. Bernhard, sehr gut. Na gut Bernhard. Na gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, euch auch. Bis bald, ciao. Ja. Kurze Frage. Ganz kurz. Kommt, bleibt einen Moment da, bitte. Ich hab kurz, ich hab mich da. Wie hat es denn euch gefallen, das Fest? Wir sind das jetzt gekommen. Achso. Ja. Hast du schon ein paar Fahrer gesehen? Nein, eben nicht. Man hat es zur falsche Zeit gesagt. Ja. Ich hab's ja nicht gehofft, aber... Ja, müsst ihr hinaufreißen, den Fahrer. Ich bin professioneller Fahrer. Wirklich. Ja, natürlich. Wäre sicher. Willst du mitkommen? Ja, jetzt mal eine Karte. Dein Video morgen auf Vienna.84. Nein, war nur ein Scherz. Das ist schon klar. Schönen Tag noch. Jetzt in kürzester Start vom Enduro Race. Es darf jetzt hoffentlich Vollgas abgehen. Und der Zieleinlauf. Und sie kommen, sie kämpfen nochmal. Und und... Ja, jetzt... Oh, 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 oh. Gas, Gas. Komm. Abgewirkt. Hopala. Die Wagen sind schon wieder. Ich steig. Hui. Ja, ja, ja. Gas, genau. Der macht's richtig. Schau. Ja, weiter, weiter, weiter. So, Leute, das war's auch schon. Wir freuen uns, dass ihr wieder reingeschaut habt. Das nächste Mal sehen wir uns wieder, hoffentlich. Und hoffentlich hat's euch gefallen. Bis bald. Ciao.